Spürt die Hau der Gerechtigkeit! Ah, da ist ein Quasit gewesen. Eher verzweifelt sterblicher, den ihr habt. Oha, das könnte ich jetzt Ausch machen. Ja, das macht auch böse Ausch. Er kommt hier. Ja, Quasiten sind normalerweise die Dämonen-Variante von Imps. Aber hier ist irgendwie alles bunt zusammengelöffelt. Ich bin bereit. Die Schmerzen habt ihr. Jawohl. Wie ihr wünscht. So, da viel Zeug hier wieder ist. So, und dann noch du weg. So, und wir sind alles los geworden. So, und damit haben wir dieses super tolle Herz des Bösen aufgedeckt. Wo auch immer wir gerade waren. Auf jeden Fall an einem unschönen Ort. Also, schnell wieder rein in die Sphäre. So, und damit haben wir... ...dass wir einen Abflug machen können. Ja, der hat mich vor dem Zauberraum gewarnt. Das kommt erst jetzt neu gut. Okay. Wenn ihr es wollt. Und was war ich denn eigentlich mit dem zweiten Herzen? Niemand hat gesagt, dass Dämonenherzen hübsch sind. Aber diesen widerwärtigen, breiigen Fleischklumpen, der das böseförmig ausstrahlt, hättet ihr nicht erwartet. Das Organ ist schwer, nass und pulsiert noch immer. Selbst wenn ihr es tief in euren Rucksack verstaut, könnt ihr das unheimlich klingende Pochen hören. Ihr könnt auch, im Impuls, regelmäßig in den Rucksack zu schauen, ob sich das grausige Ding, die gerade daran macht, sich so befreien, nur schwer unterdrücken. Da geht's lang, Leute. So. Vielleicht, wir können bald nach Art Cutler zurück. Was macht eigentlich der Umhang nochmal? Nach Umhang des Schilds. Nachgegenstand ist leer, okay. So, gegen ein paar verhüllte Magier. Euer Wunsch ist mein Begehr. Die Dienerin der Natur ist bereit. Dummt ihn denn da! Ich will zermatschen! Ich denke, ich bin... Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. So, das war's mit denen. Hatte er was dabei. Einen Ring. Interessant. Da ist der Golem-Raum, wahrscheinlich. Oder ist er da? Da ist ein Feuerelementar. Ein höheres Feuerelementar, okay. Ich weiß nicht, was ist passiert. Ja. Ihr zeigt mir, wohin führt mich an, mein Freund zu. Nicht nur. Schmür, ich habe getäuscht, es wird sich nicht kalt. Sogon, wie weißt du, so ein paar Heiltrecke verbrauchen. Ich warte. Vita, Mortis, arodion. Ein adeliger Ifrit und sehr viel anderes Viehzeug. Das war Keldorn? Super, ich habe keinen Safe gemacht. Tja, die Todeswolke ist stark, das ist das Blöde. Au. Jetzt, ja, jetzt, 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 eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr Ja, die Dienerin der Natur ist bereit, und ich schlage zu Verschuhst keine So, das sieht besser aus Ist das ein Wamm? Nein, das ist ein Nischro Oh Dann machen wir das so, das Ganze Eine noch an dich Eine noch an dich Ach, und du trinkst auch noch eine So, der Ring, den wir nicht identifizieren können Da ist was abgeschlossen, jetzt mal ein Quicksafe machen Ihr braucht mal leichtfüßig und so Die Tür führt in einen leer stehenden Lagerraum Es gibt keine Gruppe zu versuchen, die magensischen Siegel zu brechen, nur um die Tür zu öffnen Okay Das ist dann wohl der Frostraum Die Rache ist mein Das sollte nicht sein Ich helfe, wo immer ich kann So, noch den zweiten Schneeträum weg Ach, ich weiß warum Wenn, dann muss ich zum Pflegeln wechseln Bei der macht's eure So Ich warte, natürlich Witter Wolf Spür die Hand der Gehaltigkeit Oh, Mann Ich bin so glücklich Ich hätte nie gedacht, dass wir so groß sind Vollbringen werden Schwerter statt So Eine Kelle scheint von diesem Gerät auszugehen War irgendwie zu erwarten, dass diese Dinger hier Fallen sind Die Natur könnte selbst Tiereinzug finden Wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde Ein Helm Abwehrhelm Rettungswurf, Elektrizität und so weiter Haben wir hier schon einen Hier schon einen Ja Okay, gut Ich mag zwar Nicht unbedingt den Cliffhanger jetzt hier mittendrin machen Aber es ist mal wieder Zeit zu speichern Und einen Cut zu machen Das ist jetzt LP 0 3 4 Und dann hoffe ich mal, dass wir in der nächsten Aufsname Session Die Sphäre abschließen können Und in den nächsten Akt kommen Weil nach der Sphäre haben wir nichts mehr Gut Also Bis gleich Auskä camar Auskä¬ Bolden Auskäuptet Was war Was war